Hallo meine Lieben! Willkommen zu einem neuen Video von mir und das ist der zweite Teil meines Glam Hauls. Und heute geht es nur um Parfüms, denn ich habe zu meiner Bestellung natürlich auch Parfüms bestellt. Ich hatte aber auch mehrere Proben zugeschickt bekommen und die möchte ich mit euch auch einmal besprechen. Ich fange mit den Proben an und dann nähern wir uns zu den Parfüms, die ich dann tatsächlich für mich explizit bestellt hatte. Und ich denke, wir starten einmal mit der Marke GER. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Wenn nicht, es tut mir leid. Genau. Da haben wir einmal diese hier, diese Wabenfläschchen. Da habe ich jetzt zwei verschiedene Varianten. Und ich habe hier einmal Rosa Rossa. Das ist eine Rosenduft. Also dadurch, dass ich keine Probestreifen, Duftstreifen habe, da werde ich einfach diese Papiertaschentücher benutzen, um das Ganze halt eben zu probieren. Also der Duft ist ein reiner Rosenduft. Das kann ich hier durchaus unterschreiben. Ja, er beginnt relativ frisch. Das hat mir am Anfang sehr gut gefallen. Dann wechselt er leider in so eine aufdringliche, penetrante Richtung, was mir persönlich zu schwer ist. Es ist ein sehr schwerer Rosenduft. Also es ist kein frischer Rosenduft, wenn ihr durch den Rosengarten geht. Es kommt immer natürlich schon mal drauf an, welche Rosen da blühen. Aber für mich persönlich, ich mag, ich mag Rosenduft, aber ich mag das nicht, wenn es zu schwer ist. Ich muss aber dazu sagen, ich bin hochsensibel. Ich nehme Gerüche und Düfte zum Teil anders wahr als andere. Ich nehme sie noch mal intensiver wahr. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt hier total überreagiere und sage, hm, das ist mir jetzt aber zu viel. Man muss an dem Duft wirklich gerochen haben. Und jetzt wechselt er so ein bisschen weg von diesem frischen Teil und wird so langsam wuchtig. Ja, wuchtig. So kann man das wirklich sagen. Ich habe ihn mir auf Kleidung aufgesprüht, um ihn zu probieren. Ich muss sagen, die Haltbarkeit auf Kleidung ist top. Ich weiß nicht, wie er auf der Haut ist. Aber es ist jetzt ein Eau de Toilette. Beide sind, äh, nicht Eau de Toilette, sondern Eau de Parfum. Die Haltbarkeit ist grandios. Also ich habe es am nächsten Tag noch gerochen und ich habe ihn auch wahrgenommen. Jedes Mal, wenn ich mich bewegt habe, habe ich den Duft wahrgenommen. Und mit der Zeit wird er so ein bisschen schwächer. Also dann hat er mir einigermaßen gefallen. Aber es ist kein Duft, den ich wirklich jeden Tag riechen möchte. Einfach weil er mir zu intensiv ist. Ähm, ich stelle mir auch bei diesem Duft eher eine Dame vor mit ihrer Handtasche, die durch so einen Rosengarten spaziert. Es ist kein Duft, der vielleicht für eine jüngere Generation wirklich geeignet wäre. Es ist schon ein eher, ja, ein etwas reiferer Duft in dem Sinne. Und ja, es ist nicht schlecht, aber es ist nicht wirklich meins. Ja. Dann kommen wir zu dieser Variante hier. Mandarine Basilic. Erstmal eine sehr interessante Kombination. Mandarine und Basilikum. Mutig, mutig, sowas zu machen. Ähm, auch interessant. Ich liebe ja interessante Düfte. Wenn ich den Duft aussprühe, dann rieche ich direkt so diesen zitrischen Duft. Finde ich total schön. Ja, ausschließlich Citrus Duft kommt mir hier, also weht mir hier rüber. Und das finde ich richtig, richtig schön. Das ist total angenehm. Ähm, das erinnert mich direkt an Sommer. Und was sich dann im Nachhinein aber bei diesem Duft ändert, dann kommt dieser Basilikum Duft durch. Ich weiß, wie Basilikum riecht. Ich esse Basilikum sehr gerne im Sommer mit Tomaten, mit Mozzarella. Das liebe ich total. Wenn ich den Duft dann rieche im Laufe der Zeit, kommt zwar der angebliche Basilikum Duft zwar wirklich sehr extrem durch. Aber für mich riecht das nicht nach Basilikum. Das erinnert mich an, ähm, an Petersilie. Ich hasse Petersilie. Ich kann weder den Geruch leiden, noch den Geschmack leiden. Und das mischt sich hier, ja, sehr unangenehm mit. Und jetzt kommt er jetzt so langsam durch, dieser Basilikum-Petersilie-Duft. Und das kann ich absolut nicht leiden. Es tut mir leid, aber ich hatte den auf dem anderen Arm. Also ich hatte beide so auf einem von den Ärmeln. Und jedes Mal, wenn ich so gemacht habe... Nee, der hat mich nicht abgeholt. Also der... Der, der sonst, wenn das nicht so intensiv gewesen wäre, hätte er mir durchaus gefallen. Dann hätte ich ihn sehr, sehr gerne getragen. Aber so... Es muss nicht unbedingt sein, dass es hier wieder schlecht ist. Es ist einfach nur mein Geschmack. Also, es ist ein schöner Sommerduft. Definitiv ein Sommerduft. Also ich würde ihn mir jetzt nirgendwo anders vorstellen. Frisch, sehr, sehr angenehm, ohne wirklich zu... zu beschweren. Also wie der hier. Also wenn ich mir den jetzt... Oh ja, also es ist schon, schon... Ja, also das genaue Gegenteil eigentlich davon. Fände ich aber super schön. Nur das einzige, was mich darstellt, ist halt dieser... Diese Kombination hier. Ich habe, als ich mir die Düfte jetzt hier reingezogen habe, ich habe die Duftpyramide überhaupt nicht angeschaut. Also ich kann euch jetzt nicht wirklich sagen, was die einzelnen Düfte für Kompositionen haben. Ich werde sie natürlich wieder hier einblenden. Das ist ganz klar. Nun könnt ihr euch das selbst anschauen. Ich finde da jetzt... Für mich ist es nicht wirklich wichtig. Manchmal gucke ich aus reinem Interesse rein. Wenn ich irgendwie eine Duftnote herausrieche und denke, Oh, ist es da drin? Ist es da drin? Nö. Meistens ist es nicht da drin. Genau. Das waren diese Duftproben hier. Und dann hatte ich hier von Givenchy... Ich weiß auch nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Französisch ist nicht wirklich meins. Es tut mir leid. Wir haben hier einmal... Wie heißt du denn? Le Interdit. Und das ist Rouge Altheim... Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es dieses Flächen hier. Da gibt es verschiedene Varianten mit verschiedenen Duftkompositionen. Also es ist scheinbar irgendwie so eine Reihe, wie bei Armani, glaube ich, oder so. Genau. Auf jeden Fall haben wir hier eine Variante davon. Und... Es ist ein sehr, sehr starker Duft. Es ist definitiv kein Alltagsduft. Also das ist eher ein Ausgeh-Duft. Sehr sexy, ein bisschen fruchtig. Sehr sinnlich. Also es ist wirklich ein sehr femininer, ausdrucksstarker Duft, der durchaus bemerkbar ist. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, es riecht irgendwie nach Kirsche oder so. Und der erinnert mich so ein bisschen an den von Nina Ritchie, den ich mir neulich gekauft habe. Das ist dieser Apfel da. Und der hat mich so gleich so ein bisschen daran erinnert, an diesen Duft. Ja, also es ist wirklich ein Duft, der mir sehr gut gefällt. Aber ich könnte ihn nicht den ganzen Tag tragen. Dafür ist er mir zu schwer. Aber es ist wirklich ein sehr interessanter Duft und spricht mich auf jeden Fall sehr, sehr an. Aber es ist kein Duft, den ich mir, glaube ich, kaufen würde. Ich möchte gerne einen Duft, den ich den ganzen Tag tragen möchte. Ja, ich möchte keinen Duft, der eher tatsächlich nur für eine reine, für eine ganz bestimmte Gelegenheit da ist. Dafür möchte ich keinen Duft dieser Art in meiner Sammlung haben. Aber ich kann ihn wärmstens empfehlen. Holt ihn euch. Der ist richtig, richtig geil. Der ist schon... Der ist toll. Der ist richtig schön. Der gefällt mir gut. Dann einmal das komplette Gegenteil. Irsistible heißt der Duft. Und hier haben wir... Jemand hat gesagt, wenn man direkt daran riecht, riecht es nach Erdbeere. Vielleicht eher so eine künstliche Erdbeere. Also mehr so ein Bonbon Erdbeere. Als ich ihn das erste Mal probiert habe. Ich habe ihn tatsächlich zwei Mal in einem Laden probiert. Und die Kopfnote hat mich direkt abgeschreckt. Ich weiß nicht warum. Weil ich habe daran gerochen und denke nur... Okay, gut. Das ist einer von diesen vielen Parfüms. Das ist nichts Besonderes. Es kommt auch so eine leichte Alkoholnote durch. Verfliegt aber sofort. Wenn ich den jetzt rieche, habe ich das Gefühl, es riecht nach einem süßen Bonbon. Und ich habe sowas tatsächlich schon irgendwo mal gegessen. Ich weiß nur nicht was. Ich kann mich nicht daran erinnern, was es tatsächlich war. Was mich an diesen Duft hier erinnert. Es riecht so ein bisschen wie ein Kau. Mir war... Ich komme einfach nicht drauf. Ich komme nicht drauf, Leute. Also es ist auf jeden Fall ein sehr süßlicher, ein bisschen pappiger Duft. Aber jetzt nicht negativ, ja. Also es ist ein angenehmer, süßlicher Geruch. So ein Tick floral. Es spielt da noch ein bisschen mit drin. Und ein sehr ausgewogener Duft. Den kann man durchaus den ganzen Tag tragen. Ja, man... Es erinnert mich wirklich an so eine schöne Bodylotion, die man sich da aufträgt. Und kann ich durchaus empfehlen, steht schon auf meiner Wunschliste. Ich habe den tatsächlich zu meiner Wunschliste hinzugefügt, weil es ein richtig schöner... Ja, so richtig... Ich mag süße Dufte. Ich bin Typ süße Dufte, florale Dufte, frische Dufte. Das ist so meine Kategorie. Da bewege ich mich gerne. Und das ist so... Der hat mich wirklich überrascht, der Duft. Also das muss er schon lassen. Also wer hätte gedacht, dass mir der... Direkt, wenn ich ihn aufsprühe... Mir hat er nicht gefallen. Es hat mir nicht gefallen. Und dann entwickelt er sich so richtig schön. Und... Ja. Was soll ich sagen? Er ist jetzt einer von meinen Wunschkandidaten. Finde ich sehr gut. Cool. Gut. Und jetzt kommen wir zu den Parfüms, die ich mir bestellt hatte. Und das ist eine Reihe, die kennt man. Die ist bekannt, denke ich mal. Wir haben hier einmal die Reihe Juliet Has A Gun. Der Name ist sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Also... Für eine Parfümmarke finde ich den Namen sehr, sehr ungewöhnlich. Und ich glaube, deswegen spricht das viele an. Einfach weil... Wer nennt denn eine Reihe Juliet Has A Gun? Wer? Ich habe mir auf jeden Fall diese kleineren Varianten gekauft. Einfach weil ich die Düfte erstmal testen wollte. Insgesamt habe ich vier bestellt. Ich fange mal mit dem Duft an, den ich am wenigsten mochte. Zu dem Duft, der mir am besten gefällt von den vier. Keine dieser Düfte ist schlecht. Bitte versteht mich nicht falsch. Es ist nur... Alle vier haben bestimmte Komponente, die mir halt mehr mal weniger gefallen. Deswegen, das ist eine reine Geschmackssache. Wir haben hier einmal Ego Stratis. Die Flasche, den Flakon finde ich super schön. Und leider gefällt mir der Duft jetzt nicht ganz so. Da war ich so ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Wir haben hier einen sehr, sehr aquatischen Duft. Und wenn man ihn direkt aufsprüht, kommt dieser aquatische Duft auf jeden Fall super stark raus. Zusammen mit einer etwas zitrischen Note. Finde ich sehr, sehr schön. Es riecht relativ frisch. Und dann wird dieser aquatische Duft, diese aquatische Richtung relativ stark. Es ist jetzt nicht so stark, dass ich sage, das kann ich nicht den ganzen Tag riechen. Aber es ist ein Duft, ich glaube, dass es auch mehr so ein Unisex-Duft ist. Ich glaube nicht, dass es definitiv was nur für Damen wäre. Also das können durchaus auch die Herren tragen. Weil wegen dieser aquatischen Note erinnert das so ein bisschen auch an ein Herren-Parfüm tatsächlich. Es erinnert mich so ein bisschen an eines von Boss, was ich mal als Probe hatte. Mir hat der Duft gefallen. Ich habe ihn trotzdem getragen, einfach weil er mir gefallen hat. Aber es war halt ein reines Männer-Parfüm. Bei dem hier neigt sich das schon so in die Richtung, wo ich sage, es ist so an der Grenze zu einem Männer-Parfüm. Wie gesagt, das können sowohl Damen als auch Herren tragen. Ob der Duft einen Wiedererkennungswert hat, wage ich zu bezweifeln. Also es ist jetzt kein Duft, der mich überaus überrascht hat, mich von den Socken gehauen hat. Wo ich sage, ja den muss ich mir unbedingt holen, weil er so geil riecht. Ne, das war tatsächlich bei dem Duft leider nicht der Fall. Deswegen steht er jetzt nicht unbedingt auf meiner Wunschliste. Wenn der leer ist, ist der leer. Und dann darf er gehen. Vom Duft her könnte ich mir den durchaus im Sommer gut vorstellen. Aber ich glaube, das kann man eigentlich das ganze Jahr übertragen. Der ist okay. Der ist okay, aber haut mich jetzt nicht unbedingt vom Hocker. Dann kommen wir zu Lily Fantasy. Der Duft ist rein blumig. Also es ist ein blumiger. Und ich hätte es eigentlich wissen müssen. Ich hätte es eigentlich wissen müssen. Wenn man ihn aufspült, dann kommt direkt eine florale Note durch. Schon ein bisschen intensiver. Das ist... Was ist da drin? Jasmin, glaube ich, ist da drin. Und ich glaube, ich werde mich so ein bisschen distanzieren von allen Parfüms, wo Jasmin drin ist. Ich finde, Jasmin ist ein sehr dominanter Duft. Eine sehr dominante Duftrichtung. Und ich finde es immer so ein bisschen schade, dass er andere florale Duft so ein bisschen überdeckt. Hier kommen wir zu einem Parfüm, was schon sehr... Also auf der schwereren Seite ist. Also schon ein... Wie soll ich das euch beschreiben? Ich glaube, ich beschreibe das jetzt mal so. Ihr kennt doch Lilien. Wenn ihr einen Strauß Lilien in eurem Wohnzimmer stehen habt, dann verströmt diese... Verströmen diese Lilien einen sehr, sehr intensiven Geruch. Einen sehr, sehr starken Geruch, den ihr überall wahrnehmt. Und genau so ist es mit diesem Parfüm tatsächlich. Es ist ein sehr einnehmbarer Duft. Ein sehr umhüllender Duft. Und da kommt ja nicht so leicht weg. Also es ist schon... Es ist schon... Ja, es ist ein sehr... Für mich persönlich ein bisschen zu schwer. Ich mag Jasmin Duft eigentlich sehr gerne. Nur ich habe mittlerweile so eine kleine Hassliebe zu Jasmin. Weil ich, wenn es um Jasmin geht, nicht widerstehen kann. Ich habe mittlerweile einige Parfüms, wo Jasmin wirklich dominiert. Und die riechen alle ähnlich. Und das möchte ich mittlerweile vermeiden. Also ich möchte kein Duft mehr... Ich werde jetzt gezielt darauf achten, dass kein Jasmin mit enthalten ist. Nicht, weil ich den Duft hasse, sondern einfach, weil ich genug habe, was so in diese Richtung geht. Genau. Also das hier. Auch das werde ich mir nicht holen. Ja, aber das ist halt wie immer Geschmackssache. Dann kommen wir zu Magnolia Bliss. Und wie ihr hier seht, ist die Verpackung... Die erinnert mich direkt an Sommer, an Sommernächte. Ja, und genau das ist dieser Duft. Wenn ich ihn direkt ausspringe, rieche ich Aprikose oder Pfirsich, sowas in die Richtung. Nektarine. Ja, genau. Und richtig schön fruchtig. Direkt kriegt man so ein schönes Sommergefühl. Richtig schön. Gefällt mir richtig, richtig gut. Also das ist so ein fruchtiger, schöner Duft, der einem... Ich würde jetzt auch hier nicht unbedingt sagen, dass es ein sehr komplexer Duft ist. Dass er hier mit wirklich super, mega vielen Komponenten daherkommt. Er ist recht schlicht, aber er ist gut. Ich liebe das. Es kommt im Laufe des Duftverlaufs... Während des Duftverlaufs kommt dann so eine leichte Pflaumennote durch. Und es ist eher ein angenehmerer Duft in diesem Verlauf hier. Und finde ich total angenehm, finde ich total schön. Genau. Also ein sehr schöner Sommerduft. Was will man mehr? So in die Richtung habe ich tatsächlich noch gar nichts. Und das steht jetzt auch schon auf meiner Wunschliste. Da möchte ich aber erstmal gucken, wie lange dieser Duft tatsächlich auch auf der Kleidung hält. Ich brühe ja generell meine Düfte nur auf die Kleidung auf, also nie auf die Haut. Und da möchte ich einfach mal gucken, wie lange hält der denn? Wenn er lange hält, kommt er definitiv auf meine... oder auf meine Einkaufsliste kommt er. Also auf meine Wunschliste, da steht er schon. Aber nicht auf meiner Einkaufsliste. Zu dem letzten Parfüm. Und das ist Musk Invisible. Und der Name trifft es wie die Faust aufs Auge. Wirklich wie die Faust aufs Auge. Als ich ihn das erste Mal aufgespült habe, als ich ihn direkt mal zum Testen mal so... Habe ich erstmal gedacht, wo ist der Duft? Ich rieche nichts. Wo ist der? Dann dachte ich, okay, ich lasse ihn erstmal liegen und warte erstmal kurz ab, wie sich der Duft entwickelt. Und zum Glück war es eine gute Entscheidung. Denn der Duft hat sich wirklich sehr, sehr angenehm entwickelt. Wenn ich den Duft rieche, ist es für mich so ein richtiger angenehmer Duft. Ein Wohlfühlduft eigentlich. Das ist so, als würde ich mich im Winter einkuscheln in meine Kuscheldecke. Und hätte diesen Duft quasi um mich rum. Und dann ist es ein Gefühl der Geborgenheit, der Wärme. Und wenn ich diesen Duft rieche, dann denke ich an eine Szene in einem Café, wo du dann in einem Lieblings-Kuschelpullover sitzt. Jemandem gegenüber. Du trinkst einen Kaffee mit demjenigen. Und es ist ein Mensch, wo du dich gerne in dessen Nähe aufhältst. Und den du magst. Und bei dem du dich wirklich wohlfühlst. Und das ist genau das, was mir dieser Duft tatsächlich dann auch widerspiegelt. Und das finde ich richtig, richtig schön. Als ich den Duft dann weiterhin gerochen habe, fand ich ihn so toll. Ich habe aber leider einen Kritikpunkt bei diesem Duft. Ich hatte ihn sofort auf meiner Wunschliste. Sofort. Also ich hätte wahrscheinlich nicht gezögert und hätte ihn mir gekauft. Allerdings muss ich sagen, es ist kein Duft, der relativ im Vordergrund steht. Das heißt, er verschwindet sehr schnell. Und da musst du dich schon ein bisschen anstrengen, um den überhaupt dann irgendwann wahrzunehmen. Ich habe ihn mir dann nochmal aufgesprüht, nachdem ich... Ich habe das direkt so auf meinen Sweatshirt, was ich da getragen habe an dem Tag. Ich habe ihn irgendwann nicht mehr so wahrgenommen. Und das fand ich sehr schade. Ich habe dann nachgesprüht und dann war er wieder da. Und auch da ist er wieder so ein bisschen unsichtbar geworden. Da passt die Bezeichnung Invisible irgendwie sehr, sehr gut dazu, weil er irgendwie nicht so präsent ist. Das finde ich total schade. Also er erinnert mich so ein bisschen an ein Eau de Toilette als an ein Eau de Parfum, was es hier eigentlich sein soll. Ich werde den Duft weiterhin testen. Wenn dieses Schauspiel weiter bestehen bleibt, werde ich ihn wieder von meiner Wunschliste nehmen, weil dann rentiert sich das Ganze nicht, den zu kaufen. Ich finde es super schade, weil der Duft mir sehr, sehr gut gefällt. Es ist wirklich so ein absoluter Wohlfüllduft für mich. Gerade so in den Wintermonaten, da denke ich, passt er am besten meiner Meinung nach. Aber ich glaube, man kann ihn wirklich den ganzen Tag tragen. Es ist schon ein richtig schöner Alltagsduft. Aber wenn das wirklich so der Fall ist, werde ich ihn mir nicht kaufen. Gut. Das waren die Juliet Has A Gun Parfums. Und jetzt kommen wir zu einem letzten Parfum. Und das ist auch das teuerste Parfum. Ja, ich habe überlegt, ob ich mir ihn kaufen soll oder nicht. Ich habe ihn das erste Mal in einem Kaufhaus in Frankfurt getestet. Da war ich mit den Mädels so ein bisschen unterwegs. Und da waren wir natürlich auch so ein bisschen bei den Parfums und haben dann quasi diese hier gesehen. Das ist ein Erin Lauder Parfum. Das ist eine Verwandte von Estée Lauder. Und die hat auch eine Parfumreihe rausgebracht. Und Lilac Parf ist auch ein Parfum, was zu dieser Reihe gehört. Wir haben hier einen sehr klassisch anmutenden Flakon. Sowas könnte ich mir zum Beispiel in einer super teuren, exklusiven Parfümerie gut vorstellen. Da passt der natürlich sehr, sehr gut hinein vom Flakon her. Ich habe hier die 50ml Variante. Ich glaube schon. Ja, genau. 50ml. Und das ist natürlich schon für so wenig Produkt schon sehr, sehr hochpreisig für mich. Und ja, ich wollte ihn erstmal so wirklich testen, weil ich mich nicht mehr so gut erinnern konnte, wie der Duft krochen hat. Natürlich bin ich immer so ein bisschen hinterher so bei Flieder Parfums. Das ist nun mal meins. Ja, ich möchte ein Flieder Parfum, was mich hundertprozentig überzeugt. Die Verpackung hat mich auf jeden Fall schon mal überzeugt. Ich kann das nicht wegschmeißen. Ich glaube, ich mache mir daraus so Lesezeichen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Weil, seht euch das mal an, das sieht total schön aus. Das sieht richtig, richtig schön aus. Und ich finde es zu schade zum wegwerfen. Jetzt kommen wir zu dem Duft. Das ist natürlich die Hauptsache. Der Duft ist auch, so wie der Flakon anmutet, eher ein Duft, den wahrscheinlich eher so etwas reifere Damen tragen würden. Überwiegend. Aber natürlich auch diejenigen, die auf Flieder stehen, total nach Flieder verrückt sind. Wenn man ihn direkt aufsprüht, dann kommt zwar die Fliedernote direkt durch, aber dann kommt noch so ein etwas anderes durch, was ich jetzt nicht so gerne mag. Aber das verfliegt auch hier relativ schnell. Und dann kommt der Fliederduft durch. Das ist so, als würde man die Nase in so einem Fliederstrauch halten. Das ist ganz krass. Das ist ein richtig schöner, authentischer Fliederduft. Etwas schwerer, weil Flieder ist nun mal etwas schwerer von der Duftrichtung her. Also es ist jetzt keine Blume in dem Sinne, die recht frisch ist und die an Frühling wirklich erinnert. Sondern hier haben wir einen etwas schwereren Duft, was mich persönlich nicht stört. Ich mag Fliederdüfte und das ist natürlich etwas, was hier sich sehr widerspiegelt. Wirklich, ich saß da so und dachte nur, endlich, endlich habe ich hier einen Fliederduft, der wirklich authentisch ist. Die Fliedernote bleibt tatsächlich auch ein bisschen länger halten. So ist es nicht. Nur, er fügt sich nahtlos nochmal in die anderen, in die Herznote, in die Basisnote ein. Wirklich ist das ein schöner Übergang. Also es ist kein, okay, hier ist das und jetzt ist es komplett was anderes. Wisst ihr, was ich meine? Sondern es geht nahtlos in einen anderen Übergang über, wo sich das Ganze einfach nochmal anders äußert. Aber es harmoniert sehr gut zusammen. So kann ich das in etwa beschreiben. Also danach gefällt mir der Duft auch sehr, obwohl die Fliedernote dann verfliegt. Aber auch hier ist teilweise, glaube ich, auch Jasmin mit drin. Ich frage mich, warum man Jasmin mit reinnehmen muss. Ich finde, Jasmin, wie ich euch schon gesagt habe, überlagert so ein bisschen andere Blumendüfte, andere Blumennoten. Und das finde ich sehr, sehr schade. Warum muss man denn immer Flieder mit Jasmin miteinander kombinieren? Die Kombination finde ich schrecklich. Deswegen auch hier meine sogenannte Hassleber mittlerweile zu Jasmin. Obwohl ich Jasmin vom Duft her sehr, sehr gerne mag. Aber bei einigen Parfüms stört mich das gewaltig. Oh, es ist immer noch da. Es ist immer noch da. Ist der Preis für dieses Parfüm gerechtfertigt? Das weiß ich noch nicht. Ich würde jetzt eher sagen, nein. Die Verpackung ist schon recht schwer. Also wir haben hier schon ein recht schweres Flakon. Also wirklich, wirklich schwer. Hier oben haben wir... Ich dachte zuerst, das wäre ein wirklicher Stein. Aber ich glaube nicht, dass das echt ist. Also das muss irgendwie was anderes sein. Genau. Also ich glaube nicht, dass das... Von dem Außen her hätte ich gesagt, ja, definitiv. Es ist ein sehr edel... So ein Flakon, was recht edel wirkt. Aber würde ich für den Duft nochmal so viel Geld ausgeben? Ich glaube eher nicht. Ich muss mal gucken, wie lang dieser Duft anhält. Oh, der ist recht... Schon recht intensiv, muss ich sagen. Ich lieb's, aber ich lieb's. Trotzdem würde ich wahrscheinlich nicht nochmal so viel Geld ausgeben. Es gibt noch ein anderes Parfüm, was auf meiner Wunschliste steht. Was auch eher ein Fliederparfüm sein soll. Ich werde mir davon aber erstmal so eine Abfüllung bestellen. Also kein direktes Parfüm, nicht bestellen, sondern nur eine Abfüllung davon. Und dann möchte ich mal vergleichen. Welches überzeugt mich mehr? Das hier oder das andere? Und dann werde ich wissen, wo ich denn ungefähr bleiben möchte, wenn es um Fliederdufte geht. Ich muss aber sagen, das ist das erste, das ist der erste Duft, wo ich sag, ja, ich habe hier Flieder. Und das ist nicht nur in der Kopfnote, wie bei... Ich blende es euch hier mal ein, das ist dieser Tropfen da, dieser Tropfenflakon. Da ist Flieder nur in der Kopfnote drin. Das verfliegt sowas von schnell, finde ich. Und das ist total schade. Deswegen möchte ich mir den Duft auch nicht kaufen, weil das ist mir das nicht wert. Und hier haben wir schon einen etwas länger anhaltenden Fliederduft und natürlich ist es da. Ja. Trotzdem, für die Duftrichtung finde ich den Preis nicht unbedingt gerechtfertigt. Ich glaube, dafür ist er mir nicht komplex genug. Kann man das so sagen? Er ist doch relativ schlicht. Aber, und gut, es ist... Flieder ist sowieso recht schwer herzustellen. Es ist sehr aufwendig und ich glaube, viele würden sich da gar nicht die Mühe machen, einfach weil es ein Duft ist, der auch nicht wirklich angesagt ist. Es ist kein Duft, den sich jeder draufsprühen würde. Und da, denke ich, scheuen sich so ein bisschen einige das herzustellen. Was total schade ist. Aber vielleicht kommt ja die Fliederzeit und dann ploppen überall Fliederlüfte raus. Ich wünsche mir das wirklich, dass ich da nicht unbedingt so lange so viel suchen muss. So, das war meine Schnüffelparty. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr einige von diesen Düften habt, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr zu denen steht. Gehören die zu euren Lieblingsdüften? Oder würdet ihr euch sowas hier zum Beispiel auch zulegen wollen? Oder würdet ihr da eher sagen, nö, ist mir zu teuer? Das würde mich echt mal interessieren. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht das gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.